Bei The Masked Singer gibt es in jeder Show etwas Neues. Mittlerweile geht die Sendung in die vierte Runde und es fallen immer weitere Masken. In der vergangenen Show musste sich die Pfeife geschlagen geben. Darunter steckte Germany's Next Topmodel Jurymitglied Thomas Hayo. In jeder Show dürfen neue Promis neben Ruth Moschner rätseln, wer in den bunten Kostümen steckt. Und die Rate-Gäste für die kommende Sendung sind diesmal echte Gesangstalente. Der Instagram-Account von The Masked Singer gab offiziell bekannt, wer in Show 4 neben Ruth Platz nehmen wird, sie wird sich zusammen mit Sänger Giovanni Zarella und Silbermond-Frontfrau Stefanie Klos den Kopf zerbrechen. Ob es den beiden einen Vorteil bringt, echte Gesangsprofis zu sein, bleibt abzuwarten, denn immerhin sind die Stimmen der Promis stark verzerrt. Giovanni repostete die Verkündung direkt und schrieb mit einem Herz-Emoji, wir sehen uns am Samstag. Es scheint, als könne er seinen Auftritt gar nicht abwarten. In den vergangenen drei Sendungen durften schon zahlreiche namhafte Promis neben Ruth am Rate-Pult sitzen. Zuletzt wurde sie von zwei The Masked Singer Veteranen flankiert. Franz Anthony und Yvonne Cutterfeld nahmen 2021 an dem Hauptformat und an dem Weihnachtsspezial maskiert teil. Aber auch beim Raten hatten die beiden ihren Spaß. Ich wollte mich jetzt anfangen, wenn ich persönlich sage, was ihr weggestellt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.